Erstgeburtstitel sind nach alter Sitte bzw. altem Adelsrecht ein oder mehrere Titel, die nur an den Erstgeborenen, nicht aber an die weiteren Nachgeborenen weiter vererbt wurden. Erstgeburtstitel kamen als vererbbare Primogeniturtitel bei Familien des Hohen Adels, aber auch bei Familien des Niederen Adels vor. Die Erstgeburts- oder Primogeniturtitel waren in unterschiedlicher Kombination denkbar. Die Erstgeburtstitel konnten bis 1920 weder durch Erbschaft noch durch Adoption oder sonst wie auf ein anderes Geschlecht übertragen werden und erloschen mit dem Aussterben des damit beliehenden Geschlechts. Namensbestandteil Seit dem Inkrafttreten der Weimarer Reichsverfassung von 1919 mit der Aufhebung der adeligen Standesvorrechte gelten Erstgeburtstitel wie alle Adelstitel nur noch als Bestandteil des Namens und dürfen nicht mehr verliehen werden. Personen, die bis 1919 Adelstitel führten, welche auf Primogenitur beruhten, konnten diese bis an ihr Lebensende als ihren Namensbestandteil weiterführen. Das Preußische Adelsgesetz vom 23. Juni 1920 führt dazu im 22 aus. Sie konnten ihre Primogeniturtitel aber nicht mehr vererben, auch nicht in ihrem eigenen Geschlecht. Seit beispielsweise die im Jahr 1919 noch lebenden Personen des Namens Fürst von Bismarck und Fürst von Thurn und Taxis verstorben sind, sollte es nur noch den Namen Graf von Bismarck bzw. Prinz von Thurn und Taxis sowie die entsprechenden weiblichen Deklinationen geben. Die bekannte Fürstin Gloria heißt demnach Korrektprinzessin von Thurn und Taxis sowie die übrigen Mitglieder der Familie. Die Namensbestandteile Herzog, Fürst oder Graf gibt es nur noch, wenn die ganze Familie so heißt. Ehemals adelige Familien mit vor 1919 primogen erworbenen Titeln sind gegen die Abschaffung mehrfach auch schon während der Weimarer Republik vergeblich vor Gericht gezogen. Das Reichsgericht, so berichtete der Spiegel, beseitigte schließlich jeden Zweifel an der Rechtslage. Es entschied, dass, mit der vom Spiegel angeführten Entscheidung hat das Bundesverwaltungsgericht mit 11. März 1966 die namensrechtliche Regelung der Weimarer Reichsverfassung, die nach Art. 123 Grundgesetz als einfaches Bundesrecht weiter gilt, bestätigt. In dem Verfahren, das dieses höchstrichterliche Grundsatzurteil herbeiführte, ging es um einen Kläger mit dem Namensbestandteil, Freiherr von, dessen Vorfahren seit 1840 den Grafentitel führten und dessen verstorbener Vater nach dem Primogenitoradel noch die alte Adelsbezeichnung, Graf von, als Bestandteil seines Namens geführt hatte. Der Kläger beanspruchte trotz der an ihn herangetragenen Zweifel des von den Deutschen Adelsvereinigungen unterhaltenen Adelsarchivs und der zuständigen Personenstandsbehörde, die ihm lediglich den amtlichen Namensbestandteil, Freiherr, zugestand, in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren den Namensbestandteil, Graf. Die Klage wurde in allen drei verwaltungsgerichtlichen Instanzen unter Hinweis auf die Weimarer Reichsverfassung, Art. 109 Abs. 3 und das Namenänderungsgesetz 8 bis zum Bundesverwaltungsgericht mit der Begründung abgewiesen, dass er nicht befugt sei, seinen freiherrlichen Namen beim Tode seines Vaters in einen gräflichen Namen zu ändern, weil er nur zur Führung eines freiherrlichen Namens berechtigt sei. Früher nach dem Adelsrecht primogen in der Familie weiter vererbte Titel können mit der Aufhebung der Adelsvorrechte und der damit verbundenen Abschaffung des primogenetoradels nicht mehr als Teil des bürgerlichen Familiennamens geführt werden. Umgekehrt ist der Verzicht auf einen Titel oder das sogenannte Adelsprädikat von »nicht ohne weiteres« möglich. Da es sich bei diesen um Bestandteile des Namens handelt, stellt der Verzicht eine Namensänderung dar, die rechtsgültig nur nach einem entsprechenden Namensänderungsverfahren vor den zuständigen Behörden möglich ist. Einerseits sieht das deutsche Namensrecht demzufolge Erstgeburtstitel nach dem Ableben der letzten berechtigten Namensträger nach Abschaffung der Monarchie nicht mehr vor, weshalb im Pass vieler adelsrechtlicher Fürsten seither wie beim Rest der jeweiligen Familie als Namensbestandteil Prinz oder Graf im Namen steht. Andererseits gab und gibt es Fälle, in denen Standesimta eine entsprechende Namensänderung tatsächlich durchführten, wenn der Namensbestandteil Fürst allgemein von der ortsansässigen Bevölkerung akzeptiert und benutzt wird. Die Namensänderung des neuen Familienoberhauptes beim Tod des Vaters von Z. B. Prinz zu Fürst hängt einerseits vom Wohlwollen der örtlichen Behörde ab. Andererseits werden solche Fälle auch auf Ebene des jeweiligen Regierungspräsidiums oder Innenministeriums des zuständigen Bundeslandes zustimmend oder ablehnend bewertet. So durfte beispielsweise Armin Prinz zur Lippe 1950 in Nordrhein-Westfalen nach einem Namensfeststellungsbeschluss sein Name nicht in Fürst zur Lippe abändern lassen. In Baden-Württemberg und Bayern hingegen gibt es verschiedene Beispiele solcher Namensänderungen. Abgesehen davon steht es frei, vom amtlichen Namen abweichende Namensvarianten zu verwenden, weshalb viele adelsrechtlich befugte Titelträger in der Öffentlichkeit mit dem Namensbestandteil Fürst auftreten, wenngleich dies oft nicht dem amtlichen Namen entspricht. Adelsrecht In Österreich stellt sich die Problematik insofern nicht da mit dem Adelsaufhebungsgesetz von 1919 der Adel seine äußeren Ehrenvorzüge, sowie bloß zur Auszeichnung verliehene mit einer amtlichen Stellung, dem Beruf oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Befähigung nicht im Zusammenhang stehen den Titel und Würden und die damit verbundenen Ehrenvorzüge österreichischer Staatsbürger aufgehoben wurden. Damit sind, im Gegensatz zu Deutschland, die ehemaligen Adels- bzw. Primogeniturtitel auch nicht zu einem Bestandteil des Namens geworden. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich galt ab 1938 Dekasekunden Deutsche Namensrecht bis 1945 auch in Österreich. Frühere Titel des österreichischen Adels, die seit 1919 aufgehoben waren, wurden dadurch aber nicht automatisch, sondern nur auf besonderen Antrag als Namensbestandteile wieder eingeführt. Adelsrecht in Monarchien In den noch existierenden europäischen Monarchien gilt das Adelsrecht bis heute als öffentliches Recht. Wenn auch die mit dem Adelsstand einst verbundenen Privilegien und Vorrechte zumeist abgeschafft wurden. In diesen Ländern werden auch Primogenititel bis heute geführt, verliehen und vererbt. Siehe auch Erstgeburtsrecht Adelstitel Fürst Weblink